Da vorne ist einer, ja. Sehen. Ja, er hat mich auch gesehen. Ja, da ist er, Busch. Ah, halt's Maul. Nein, Digga, halt's Maul. Oh, die sind hier drin. Hör mal hier auf, Digga. Was kannst du eigentlich? Und wo schießen die denn hier, da? Da neben dem Baum, du. Hör auf. Im Sprung. Scheiß Bursch, Alter. Weg mit dir. Was ist denn der so scheiß mit dem scheiß Bursch? Mensch, du hast wie hierhin. Mach doch nicht vom Stress, Alter. Der war, er, er ist so ein Schwitzer. Ich hab, Selina. Selina war mit uns in der Runde. Das war ein Gegner. Ja, wenn er, er hier zu müssen ist. Was? Was? Was ist denn das, Mann? 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 Das sind zwei Büsche jetzt auf dem Dach. zwei leute sind durch ich bin auch von woanders gesnipet ab dem busch getroffen ist weg waff weh auf weh eine mit hoverboard hinten da oben drauf landet noch einer 75 gott 230 metern seit mit der wiii oh mein gott da von da oben HALTZ MAUL! HALTZ MAUL! HALTZ MAUL! HALTZ MAUL! HALTZ MAUL! Kann denn so eine Dude-Rubs dran da? Ach, richtig. Ach, ich bin dann... Ja. Arne, du hast hier... Arne, du hast hier... Schönen, Papa! Schön, Arne! Ich hab drei... Wir haben zehn Pils zusammen. Landet es. Wir sind feinlich. Da! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Was ist das? Was? Das war der Kill meines Lebens, Digga. Der war geil. Ich hab ihn einfach zum No-Scope oder so gesehen. Ich hab ihn nicht geisch. Wir gehen! Das war die Einfluss, deswegen... Ok. Ich hab ihn nicht geisch! Aber wir gehen mal. Untertitelung des ZDF, 2020